Oh, guck mal, wir haben Gäste. Guten Tag und Shalom. Ich bin Rabbi Blumenberg vom jüdischen Puppentheater Bubbeles. Ich heiße euch herzlich willkommen in unserem Studio. Oh, ist das für uns? Zeigt mal her. Ein Schal, das ist ja super, so etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Ich bin zutiefst gerührt und ich glaube, ich kann im Namen des ganzen Bubbeles-Teams sagen, dass es uns eine große Ehre ist, den Lars-Day-Preis entgegenzunehmen. Vielen, vielen Dank. Und vergesst nicht, uns bei YouTube zu abonnieren. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017